Sie hören den Klang und denken sofort, woher, woraus ist dieser Klang entstanden? Welche ist die Ursache? Im extremsten Fall ist das ein Klang, der mir gut tut oder schlecht tut, der mich erregt zum Weglaufen, damit ich überlebe, oder erregt zum Hinlaufen. Wir werden dann gleich später hören, dass das letztlich ein Prinzip ist, das wiederum ein Strang musikalisches ist. 2, 1, 0. 2, 1, 0. 1, 0. 3, 1, 0. 1, 0. WDR mediagroup Glocken WDR mediagroup Glocken WDR mediagroup Glocken WDR mediagroup Glocken WDR mediagroup Glocken